auch wenn ich jetzt keine hatte 15 minuten cuts macht das mache ich auch nicht habe ich jetzt nicht mehr vorbei kein projekt also direkt bei 15 minuten ich mache das auch nicht ich mache so unterschiedlich mal 15 und 20 Sekunden oder so um mal 17 minuten wenn du halt denkst das so ein Satz zu Ende schulden irgendwas wichtiges zu Ende so wie sich aber das weißen für die ich wo er den ganzen Abend damit verbringen das ganze zu ändern willst du mich verarschen das war immer noch nicht fertig das ist nicht fertig das ist echt nicht fertig welches habe ich denn jetzt verwendet das da das sieht so fertig aus mit dem Texture Pack das ist total gelb boah ey ohne Spaß ich glaube ich ändere das Texture Pack um so wie ich das will weil du kannst ja verschiedene Texture Packs zusammenfügen und so ein Scheiß ich glaube das mache ich irgendwann mal nicht mal wenn ich mal Zeit habe das ist nicht zu tun ich bin und viele Leute die zu schädig die anderen aber noch vielleicht er hat ja nur für mich muss ich mir noch ganz genau überlegen ob ob du das bekommen schweilten weiß auch nicht meine Mutter was mit dem Mund ach so ach so mehr ich mache mir noch so was und dann mache ich mir noch mal und so was KW KW ich brauche Fackeln ich brauche Fackeln diese dann muss ich mir sie lauter sprechen naja wenn ich das war später Essen er hat meine Mutter und sagt ja man ist es jetzt leben nehmen meine die Scherke schichtbar der Landstunde habe ich ja noch Zeit was er hat jetzt sieben oder acht gesagt ich kann mich nicht mehr erinnern im Ernst jetzt ja das ist mir auch schon bei uns an der Season aufgefallen dass es hier bei Zerklüftet fast keine Höhlen gibt doch ich hatte nur so eine fette Höhle ich brauch Redstone ich hab kein Redstone oh man jetzt bin ich zufrieden mit meiner Treppe ich habe jetzt die gesamte Aufnahme eine halbe Stunde lang an meiner Treppe gearbeitet und jetzt bist du zufrieden ja das freut mich also wo ging es denn da eigentlich weiter geht hoch zu einer Plattform die wahrscheinlich Jojo oder so gemacht hat Ah ok der Jojo ich nehme jetzt mir einfach ein Boot und fahr jetzt mal nicht zum Creeper Alter will ich mich verarschen der Creeper bekämpft jetzt mein Weizenfeld ne da hinten ist er pfuh Monster Hunter jawohl was ich alles bekomme du hast wahrscheinlich alles schon seit hundertmal erreicht oder so ne das glaube ich auch nicht so gut bin ich auch nicht ich hab kein Essen ja ich hab kein Essen ja ist es bei dir auch so ich höre keine Wassergeräusche mehr wenn ich fahr mit dem Boot ist in Hexit genauso ich weiß nicht warum also ich fahr nicht wirklich mit dem Boot deswegen weiß ich es leider nicht boah jetzt weiß ich nicht ob ich hier an Land gehen soll oder nicht ach komm ich geh da jetzt an Land umdrehen ich sorg grad voll für das Gemeindewohl damit hier alle Treppen cool aussehen im Ernst jetzt ja bist du jetzt so im Treppenwahn ja oh mein Gott oh mein Gott liebe Freunde warum bin ich dumm jetzt hab ich es erst verkackt liebe Freunde Trissi stumm ja was ja ich mich verarschen ich finde hier keine Höhle wo hast du eine Höhle gefunden bitte Alter ich hab so viele Höhle allein hier in der Stadt sind auch schon wieder zwei was bei mir ist gar nichts bei mir ist leider gar nichts aber ich glaub auf welche Höhe bin ich denn hier 64 ich gehe nach unten meine Mutter hat grad vorhin hochgeschrien dass auch mein Onkel mitfährt meinen Firmenbarte wo mitfährt essen jetzt fahrt meine halbe Familie mit meine Tante mein Onkel meine andere Tante ach ihr fahrt essen ja ich hab dachte es gibt essen oh uns gibt es doch kein Essen pfff wie lang bist du dann weg boah mindestens zwei Stunden weil wir nach Slowenien fahren oh das ist nicht gut das ist nicht gut ne naja dann haben wir ja glaub wenigstens ein paar Folgen ja also ich bin alleine was ich jetzt schon gerendert habe bei Folge 9 und das was ich jetzt noch hier mache ich hab Eisen mein erstes Eisen sehr schön dein eigenes Eisen na stimmt mein erstes eigenes Eisen boah ohne Fackel setzen kannst du jetzt bestimmt doch nicht in die Höhle rein mit dem Shader du hast ja Dings äh warte wie heißt denn das dass wenn man umläuft es leuchtet mit der Fackel Dynamik Leitz genau ja aber es bringt ja nicht mehr aber aber ich meine halt jetzt so die Gänge Kram da musst du entweder Fackel setzen oder immer kurz aufleuchten aber so wenn du eine Tiefe erreicht hast dass sie schulden irgendwann gar nichts mehr wo schon wieder heißen dann warte wie lang wie lang ging deine Rohstoff Tour bei Folgen ok also knapp nur dreiviertel Stunde weil ich habe ein Fleisch noch dabei das wird nicht rein das kann ich dir jetzt schon sagen aber ich habe nicht mehr ich bin ich bin zu mammfähig ich habe halt viel Hunger scheiße was mache ich denn jetzt ob ich hier auch nichts finde ich bin ich bin ihr habt eine Höhle das war sowas von klar dass wenn ich jetzt nach links habe ich eine Höhle finde das war sowas von klar als ich sehe gar nichts ich schicke dir dann Bilder vom Essen warum weiß nicht aber die haben dort so eine Big Pizza Alter die geht über den halben Tisch für 6 Euro Alter letztlich eine Tortilla oder so futtern ja was ist denn das Lapis hast du so tief unten ich bin so dumm warum ich baue jetzt zum zweiten Mal zu obwohl ich das gar nicht zubauen müsste ach so baust du Treppe ja ja wo schickst du mir das dann über Whatsapp oder das andere da ähm Whatsapp wahrscheinlich oder ne Snapchat ok ist witziger jetzt weiß ich nicht ob ich vielleicht ein paar Folgen alleine aufnehmen sollen ein bisschen was zu labern kannst du gern machen muss ich mir noch überlegen die Zuschauer werden es ja dann eh sehen oder genau oder ich denke dass dass wenn du gehen musst dass ich dann kurz Aufnahme beende und wenn wenn ich dann merke ok nach dem Rendern das ist ähm dass es mitten in der Folge ist dann würde ich sagen dass ich das alleine dann fertig mache die Folge genau so mache ich das so machst du das und nicht anders genauso warte was braucht man nochmal für ein Enchantment Table vier Obsidian vier Obsidian zwei Diamanten ein Buch ok weißt was ja das geile ist was ich kann ja die Fackel auf den Boden werfen und die leuchtet ja das heißt du kannst überall Fackeln hinwerfen ich will aber die nicht hinwerfen dann wird es nicht leuchten dann wird es nicht leuchten hallo cool ah jetzt ich bin so froh dass ich jetzt ein Projekt habe was ich unter der Woche hochladen kann ohne dass ich jetzt hier tausend Jahre für den Upload brauche geht es schnell oder geht es also ich habe heute 120 Minuten für die erste Folge gebraucht das habe ich heute schon hochgeladen für die erste Folge oder für eine weitere für eine Folge ok ich muss die erste Folge von dir muss ich nachher noch angucken unbedingt habe ich noch nicht angeguckt habe ich heute noch keine Zeit dazu gehabt Gott ich bin zu scheiße ja danke bitte ja boah alter hier haben wir mal gleich ein Standleck könnte sein das ist das der Leck weil bei mir war gerade auch ein Leck ja bei mir war auch gerade voll der übelste Leck oh wie ich nur scheiß Kohle finde maaaann weil was ich immer vergesse und schlucht ja auch nicht gut gefunden als ich in der Höhle war mit Lava mit Lava um teilweise okay weil bei mir schon Lava Fluss oder so ein Lava Fluss hat oh ne irgendwie habe ich gerade voll keinen Bock drauf und was auch noch interessant wäre Hardcore Minecraft das wäre auch noch geil gewesen ja ja aber dann wären einige schon draußen und der andere auch nicht ja eben aber das ist doch gerade der Sinn man soll ja nicht so oft sterben wie man weiß wie man Lust hat mhm das wäre dann auch irgendwie behindert weil wenn dann alle gestorben wären wäre auch auch ja aber denkst du nicht dass sie sich getötet haben weil die kein Essen haben auch sein aber die ist verboten es ist nicht es ist verboten Dings ähm auf Essen zu verzichten aber nicht wegen Essen zu sterben doch es steht drin dass man dass man sich nicht killen da killen lassen darf wenn man wenn man hungert dann haben die einen Regelstoß begangen einen Regelstoß? oh Regelverstoß hä jetzt bin ich wieder hier ne da will ich nicht hin es wäre sehr hilfreich wenn es dunkel werden würde weil ich hier nämlich gerade an der Beleuchtung der Treppe arbeite sind die 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 ich mich verarscht mich sobald ich die Fackel weg tue sich einfach nichts ich habe es doch auch nicht am besten oh mein Gott und ich habe Eisen oh Gott warte ich habe jetzt schon 15 Eisen wow sehr gut hatte ich nichts da hast du wohl oder übel recht wie viele Folgen warst du nur drin? 3? ja krass ich bin ja relativ durchgesprintet weil ich eh Essen mit hatte aber ich bin rausgekommen mit einem Stück Fleisch dann noch ja ich habe jetzt eineinhalb Keulen weg und habe noch ein Fleisch dabei das heißt es heilt vier Hunger hm hm oh jetzt habe ich zwei weg hm